Hallo liebe Freunde des gepflegten Elektrotechnik-Erklärvideos. Ein Student hat mir mal wieder eine Frage per E-Mail geschickt, die ich in diesem Video hier ganz gern kommentieren würde. Vielen Dank dafür. In dieser Aufgabe, wie man hier sieht, geht es um Kenngrößen, periodische Wechselgrößen. Es ist von einem periodischen Signal die Rede. Und von dem sind Periodendauer, Minimal und Maximalwert, sowie ein Scheitel- und Formfaktor gegeben. Und dann soll man die Grundfrequenz, Grundkreisfrequenz ausrechnen, den Effektivwert und den Gleichrichtwert versuchen zu bestimmen aus diesen gegebenen Größen. Dann soll man irgendwie entscheiden, was für den Mittelwert gilt und die Antwort so ein bisschen begründen. Und man soll sagen, ob man dieses periodische Signal durch diese gegebenen Größen eindeutig definieren kann und auch da die Antwort begründen. Das Allerschönste ist, dass der Student mir auch schon die passende Lösung mit dazu geschickt hat, sodass das Video hier wahrscheinlich relativ kurz wird, weil ich jetzt das einfach nur kopiere und ein bisschen kommentiere. Also ich nehme mal die Aufgabe und packe die hier rüber in mein Zeichenprogramm und mache genau das Gleiche mit der Lösung. Und benutze dann mal einen roten Stift, nicht um hier zu zeigen, dass irgendwas richtig oder falsch ist, sondern einfach, weil sich das gut abhebt vom Hintergrund. Also fangen wir mal an. Die Frequenz bestimmen und die Grundkreisfrequenz, das kann man ganz einfach aus der Periodendauer. Frequenz ist das Reziproke der Periodendauer. Man setzt das ein. Eins durch eine Mikrosekunde sind ein Megahertz ziemlich hohe Frequenz. Das ist auf jeden Fall richtig. Und 2 mal Pi mal F ergibt dann die Kreisfrequenz, Grundkreisfrequenz. Und ja, das kann man in Megahertz angeben. Ich würde ja hier hinschreiben, das sind dann 6,28 mal 10 hoch 6. Eins durch Sekunde, weil es üblicher ist, Kreisfrequenzen eben in 1 durch Sekunde oder Radiant pro Sekunde anzugeben. Aber letztendlich ist das ziemlich genau das Gleiche. Okay, also A können wir schon mal abhaken. Dann geht es weiter mit Aufgabenteil B. Man soll den Effektivwert und Gleichrichtwert bestimmen. Und was einem da weiterhilft, sind diese Scheitel- und Formfaktoren. Und wenn man die jetzt nicht kennt, dann kann man die mal in der Wikipedia nachschlagen und gucken. Also Scheitelfaktor ist sozusagen der Scheitelwert durch den Effektivwert. Den Scheitelwert haben wir gegeben in der Aufgabe. Können wir den Effektivwert bestimmen, da auch aus dem gegebenen Scheitelfaktor. Und dieser Formfaktor ist auch was aus der Messtechnik. Das ist das Verhältnis zwischen dem Effektivwert und dem Gleichrichtwert. Und den Effektivwert haben wir ja gerade vorher ausgerechnet. Können wir den Formfaktor nehmen und diesen Gleichrichtwert ausrechnen. Und genau das hat der Student ja auch gemacht. Hier findet man genau diese Formeln. Und dann kann man eben umstellen, kann da diese 10 Volt durch 5 einsetzen. Das sind 2 Volt. Und wenn man dann die 2 Volt hat, für den Effektivwert und den Formfaktor kennt, das sind nochmal 2, 2 durch 2 umgestellt, ergibt dann hier für diesen Gleichrichtwert 1 Volt. Also genau so und nicht anders hätte ich das auch gerechnet. Das ist alles sehr, sehr richtig. Haken dran an Aufgabe B. Und es geht weiter mit Aufgaben Teil C. Und er ist jetzt gefragt, was gilt für den Mittelwert? Und man soll die Antwort begründen. Und naja, er hat ja schnell hingeschrieben, okay, wenn der Mittelwert größer ist als 0, dann hätte das Signal einen positiven Gleichanteil, wenn es keinen Mittelwert gibt. Wenn der Mittelwert 0 ist, wäre es ein reines Wechselsignal. Und na klar, bei negativen Mittelwert hätte das Signal auch einen negativen Gleichanteil. Das ist prinzipiell richtig. Das würde ich sagen, keine so eine richtige Lösung der Aufgabe. Naja, so fast so halb. Also letztendlich aus diesen Größen, die hier stehen, kann man das nicht bestimmen. Also es könnte alles 3 richtig sein. Aber hier oben im Titel der Aufgabe, da steht ja was von Wechselgrößen. Und eine Wechselgröße, also so wie das hier auch steht, reines Wechselsignal, die Definition einer Wechselgröße ist eben, dass die einen Mittelwert von 0 hat. Also diese Antwort hier, das ist die richtige, weil es ein Wechselsignal ist. Ja, oder weil es eine Wechselgröße ist. Und das hat nichts, wie gesagt, nichts mit diesen Zahlenwerten hier zu tun. Auch nur, weil sozusagen der Minimalwert und der Maximalwert den gleichen Betrag haben. Also der Maximalwert sind 10 Volt, der Minimalwert wären minus 10 Volt. Auch das macht nicht, dass dann am Ende der Mittelwert 0 ist. Also man kann sich viele Funktionen ausdenken, die einen Scheitelfaktor von 5, einen Formfaktor von 2 haben und positiven, negativen oder eben keinen Gleichanteil haben. Also ich würde behaupten, Antwort 2 hier ist richtig, weil es eben hier oben steht, es ist eine Wechselgröße. Okay, damit Häkchen dran an Aufgaben Teil C. Und die letzte noch zu lösende oder zu beantwortende Frage ist, die hier im Aufgaben Teil D, ist jetzt dieses periodische Signal eindeutig definiert? Da habe ich ja vorher schon gesagt, nein. Also man kann sich viele verschiedene Funktionen ausdenken, die diesen Scheitelfaktor und Formfaktor haben und die ganz unterschiedliche Signalformen haben. Vielleicht mache ich da mal noch ein anderes Video draus, wo ich mal zeige, wie könnte denn eine solche Funktion aussehen, die genau diesen Scheitelfaktor und Formfaktor und genau diesen Minimalwert und so hat. Aber die ist definitiv nicht eindeutig definiert. Und also weil die verschiedene Signalformen haben könnte, weil man ja auch zum Beispiel nicht weiß, fängt die Funktion jetzt positiv oder negativ an, in dem Effektivwert und Gleichrichtwert, die hier drin stecken, da geht ja sozusagen jegliche Information verloren, ist die Funktion jetzt positiv oder negativ, weil man eben immer, kann ich ja nochmal die Formel zeigen, hier quadriere ich die Funktion, da ist es egal, die positive ist die negative, nehme ich den Betrag, da ist es auch egal, ob die positiv oder negativ ist, schon das allein macht eben, dass diese Funktion nicht eindeutig definiert ist. Und ein Argument, was hier der Student noch hingeschrieben hat, die Phasenverschiebung fehlt. Also man kann ja auch dann Anteile in der Funktion, die irgendwie zum Effektivwert und Gleichrichtwert beitragen, die kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel diese Funktion aus irgendwelchen stückweisen Rechteckfunktionen zusammenzubasteln, was so vermutlich der einfachste Ansatz wäre, weil man über Rechtecke eben einfach hier in der Formel zum Beispiel integrieren kann, dann sind die auch mal einfach stückweise konstant, dann kann man das vor das Integral ziehen und so bleiben da eigentlich nur noch die Zeitgrenzen über oder die Längen der Zeitabschnitte. Aber also diese Rechtecke, aus denen ich dann zum Beispiel diese Funktion zusammenbaue, die könnte ich natürlich innerhalb der Periodendauer auch frei hin und her verschieben und damit ist das absolut überhaupt nicht eindeutig definiert. Und das steckt auch so ein bisschen hinter dieser Phasenverschiebung. Also hier würde ich nochmal so sagen, das ist hier denke ich die richtigeste Antwort von allen dreien und das hier unten kann man auch gelten lassen. Phasenverschiebung ist auf jeden Fall ein Argument, aber allein die Signalform ist eben nicht eindeutig festgelegt durch diese ganzen Werte hier. Und das ist meines Erachtens auch schon die schnelle, einfache und kurze, knackige Lösung dieser Aufgabe hier.